Ich bin hier heute bei der FEMA und wir halten hier heute einen Vortrag zum Thema Kaltakquise war gestern. So wirst du online sichtbar und das Ganze ist in zwei Teile aufgeteilt, heißt zweimal 45 Minuten und so wird dann das Ganze aussehen. Dort läuft jetzt gerade noch die Technik und dort werde ich dann sitzen und es sind auch schon über 300 Teilnehmer angemeldet und ich bin sehr gespannt, wie die Vorträge werden. So, der erste Teil des Vortrages ist jetzt vorbei und zwar Kaltakquise war gestern. Wie du online als Finanzberater sichtbar wirst und ja, war richtig cool. Es waren über 400 Teilnehmer da und sehr viele waren da, die sich das Ganze angeschaut haben. Es haben auch einige Fragen gestellt und jetzt ist es gleich so, dass wir gemeinsam Mittag machen werden. Und dann ist auch nachher um 14 Uhr der zweite Teil, wo es auch mehr um diesen Bereich Vertrieb geht, wie man online neue Bewerber auch kriegt, wie man den Vertrieb richtig macht. Das schauen wir uns dann gleich in Teil zwei gemeinsam an. Ich denke schon, dass es viele Finanzberater oder auch Versicherungsmakler dazu anregt, etwas zu verändern, auch aktiv zu werden in diesem Bereich und vor allem, dass auch viele merken, okay, jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit, das Thema anzupacken, online sichtbar zu werden und darüber auch kontinuierlich und planbar neue Kunden zu gewinnen. Und jetzt geht's weiter mit Teil zwei. So, unser Tag bei der Firma ist jetzt fertig. Ich habe die zwei Vorträge gehalten zum Thema Kaltakquise war gestern, so wirst du online sichtbar. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause nach Hannover und ja, wir werden dort wieder ins Büro fahren. Ich habe die drei Vorträge gehalten. Ich habe die drei Vorträge gehalten.